20 Uhr, herzlich willkommen allen heute zu unserem Experten-Webinar, zu unserer Experten-Information Natur trifft Wissenschaft. Ich bin Birgit Kurzig, ich bin hier in der wunderschönen Schweiz und ich grüße natürlich ganz lieb nach Ostösterreich, dann in den Süden von Deutschland, nach Thüringen, nach Düsseldorf. Schreibt doch einfach mal rein, woher kommt ihr alle? Und das hat mich beeindruckt. Buenas tardes a todos desde aus Asturias, España. Viva España. Das heißt, wir haben hier heute Abend internationales Publikum und das ist auch gut so aus F-Dorf. Ah, Friedrichsdorf, meine Schwägerin, die liebe Susanne aus Ulm. Flensburg, Bodensee haben wir hier, Treusdorf, der liebe Rolf. Ich komme auf Steiermark, Fürstenfeld. Guck mal, wie interessant, wenn ihr alle mal reinschaut, woher ihr kommt. Aus Frankfurt, Fellbahn, Wellhausen, Schweiz, aus Vorarlberg, Sulz. Wirklich irre. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund, von der schönen Beinstraße, die Barbara Mäuser, Erfurt, Budapest, die Mareike. Hey, hallo Mareike. Dann haben wir liebe Grüße aus Darmstadt, Italia, Francesca aus Italia. Ich bin am Wochenende in Italien und zwar in Modena. Ich liebe den Norden, Modena, Modena, Modena. Darmstadt, Italien, Tirol. Ja, herzlich willkommen. Ich finde es immer schön, weil letztendlich sitze ich hier wie vor zu Hause oder zu Hause und gucke einfach nur in nichts. Und deswegen finde ich das schön, wenn wir so ein bisschen eine Verbindung aufbauen können, denn wir haben ganz, ganz spannende 45 Minuten vor uns und ich bin so glücklich, eine faszinierende Frau an meiner Seite zu haben mit einem tollen Erfahrungsbericht. Liebe Grüße aus Bachenbülach beim Flughafen zu Zürich, liebe Ursula. Und das wären richtige spannende Minuten, denn es geht letztendlich um dich. Ich werde da sein. Hey, Francesca, bei Bugatti, ganz genau. Wir sehen uns, wenn ihr italienische Kontakte habt, alle ab Bugatti und in Modena. Super. Ja, es geht um dich. Es geht darum, um die Prävention. Wie kannst du vorbeugen? Wie kannst du gesund bleiben? Wie kannst du top fit sein? Und mir gefällt dieses Expertenwebinar, denn das, was jetzt kommt, nutze ich schon seit vielen, vielen Jahren und bin so unendlich dankbar dafür. Und wenn ich mich so da draußen auf der Welt, wenn ich mich da so umschaue, dann merke ich erst mal, wie wertvoll das ist, was wir hier tun, Leute. Das ist so cool, was wir machen. Westschweiz grüße ich natürlich auch und den Hunsrück auch, denn wir wollen alle alt werden. Das ist so. Ich spreche immer wieder mit Leuten und dann sage ich, möchtest du alt werden? Und einige sagen, ach nee, lass mal. Lieber nicht. Ich mache jetzt den besten Fall. Möchtest du alt werden? Total fit, absolut gesund, mit einem richtig hohen Energielevel und wenn es geht, dabei noch wunderschön sein. Und dann sagen alle, ja, ja, dann möchte ich gerne 120 Jahre alt werden. Das Interessante ist ja, dass es ganz, ganz viele Tipps gibt, wie wir das hinbekommen, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, erblich vorbelastet sind oder sonst irgendwas. Aber eines ist auf jeden Fall klar. Wir müssen alle für uns sorgen. Und das können wir machen mit der Ernährung. Die Ernährung ist ganz, ganz wichtig, denn das ist mit das Wichtigste für den Erhalt unserer Gesundheit. Und da wird einem nun mal empfohlen, wir sollten ganz, ganz viel frisches Obst und Gemüse essen. Und wenn wir es noch auf die Spitze treiben wollen, damit wir auch alle Pflanzenstoffe, alle Vitamine bekommen, dann sollte das frisch geerntet werden, der jeweiligen Saison entsprechend. Weil nur, wenn das Ganze wirklich auch schön reift, entwickeln sich ja erst diese ganzen Stoffe und dann sollten wir es auch direkt verzehren. Liebe Grüße vom Zürichsee. Ich wohne auch am Zürichsee, der ist hinter mir, den seht ihr aber nicht. Super. Und da fragt man sich, was hast denn du für den Alltag? Wie stressig ist dein Alltag? Kriegst du das immer hin? Also ich kriege das nicht unbedingt hin. Aber ich zeige euch ja auch gleich die Lösung dazu. Aber wir wissen ja alle, das sollten wir tun. Das sollten wir tun. Ich merke ja auch, wie sich das alles so verändert hat, wo die Leute Wert drauf legen. Sie nehmen immer mehr Eigenverantwortung, auch was ihren Körper angeht. Und das ist auch gut so. Und das sollten wir auch tun. Fisch ein- bis zweimal die Woche essen. Wir sollten keinen Stress haben. Ist natürlich eine Wunschvorstellung. Wir sollten uns genug bewegen und dann aber auch immer wieder in die Entspannungsphasen gehen. Und wir sollten natürlich genug und regelmäßig schlafen. Und wenn wir uns überlegen, dass jeder Dritte in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, weiß ich es gar nicht, aber in der Schweiz ist es auf jeden Fall so, jeder Dritte, Vierte Mensch Einschlaf- und Durchschlafprobleme hat. Das ist der Hammer. Also diese Dinge würden wir doch alle gerne machen, oder? Wenn das alles so einfach wäre. Aber wie gesagt, es kommt die Lösung. Denn letztendlich, auch das ist inzwischen immer bekannter, dass wir einfach vermeidbare Zivilisationskrankheiten haben, die unserem Alt und unserer Lebensweise geschuldet sind. Und das möchten wir alle. Und auch die WHO sagt, okay, du brauchst einfach nur ein paar Euro am Tag oder ein paar Dollar am Tag. Dann könntest du letztendlich mehr für dich tun. Die Frage stellt sich immer nur, wie? Wie sollen wir das machen? Und das ist ein Megatrend, dieses gesunde Leben, healthy living. Und darum geht es heute Abend. Nochmal, es geht um dich, es geht um deinen Körper, es geht um deine Zukunft, es geht darum, wie man vorbeugen kann, wie man lange fit und gesund bleibt. Und das ist auch ein interessantes Thema für junge Menschen, habe ich festgestellt. Ich habe immer, ja, so mit vielen jungen Menschen, mit denen ich spreche, da bin ich manchmal traurig. Ja, so kann ich das sagen. Ich bin manchmal traurig darüber, was die mir so erzählen. Wie viele Verspannungskrankheiten die schon haben oder wie viele Magenprobleme die schon haben. Das ist auch manchmal der Stress. Das sind die Sorgen, die Zukunft und so viele, viele Dinge. Und das tut mir manchmal leid. Das heißt, auf der anderen Seite ist es so, dass auch junge Leute sehr, sehr viel Wert darauf legen, wie ernähre ich mich. Das heißt, die sind viel aufgeklärter. Ich bin Jahrgang 60 und das war damals bei uns in der Jugend überhaupt kein Thema. Im Gegenteil letztendlich. Und meine Mama zum Beispiel, die ist tatsächlich in einer Zivilisationskrankheit gestorben. Es hätte vermeidbar sein können, hätte sie sich anders ernährt. Aber wie gesagt, das wussten wir ja früher nicht. Aber heute, heute sind wir aufgeklärter als denn je. Man muss einfach nur mal googeln, gesundes Leben und wie sollte ich mich verhalten. Dann findet man ganz, ganz viel Literatur darüber. Und letztendlich ist es genauso wie mit der Natur. Denn wir sind Natur. Links ist das so, die Natur ohne Nährstoffe. Rechts ist die Natur mit Nährstoffen. Und genau so ist das mit unserem Körper. Und das Interessante an der Sache ist ja, was auch immer wieder Mediziner sagen, dass letztendlich, wenn du irgendeine Erscheinung hast, also irgendeine Herausforderung hast, das kommt ja jetzt nicht von bumm und jetzt habe ich irgendwas, sondern es ist wie bei einem Eisberg. Da baut sich ja erst mal da unten drunter aufgrund von vielen Dingen so viel auf. Und wenn dann der kleine Eisberg übers Meer guckt, wenn wir unsere Erscheinungen haben, dann ist ja schon fast das Kind in den Brunnen gefallen. Und deswegen ist dieses, dieses bewusste Leben, diese, diese, diese Vorsorge so unfassbar wichtig. Und ich bin immens stolz darauf, euch allen ein Programm zeigen zu dürfen, was es so einfach macht. Was es so einfach macht, was es so einfach in den Alltag einzubauen ist, was auch noch lecker schmeckt. Und wo wir so viele Erfahrungen gesammelt haben innerhalb der letzten Jahre. Und da möchte ich jetzt meine liebe Kollegin, die liebe Gudrun auch mal rufen, ob sie schon da ist und sich vielleicht freischalten kann. Ich mache auch mal die Bildschirmübertragung von mir aus. Und dann lauscht einfach mal ihren Worten, denn sie ist wirklich eine absolute Fachfrau. Ich sehe schon, dass der Mikro frei ist und dann werden wir dich auch gleich sehen. Lauscht ihren Worten und tut am besten das, was sie sagt. Und dann klinke ich mich nachher nochmal ein. Viel Spaß mit der lieben Gudrun Holster. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Herzlichen Dank, Birgit, für die wundervolle Einleitung. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ja, herzlich willkommen eben. Und du stellst damit auch deine Offenheit und Aufgeschlossenheit für Neues unter Beweis, damit, dass du heute hier bist. Und das ist großartig. Ja, Birgit, alles, was du gesagt hast, trifft es voll auf den Punkt. Ich kann das also nur absolut voll bestätigen. Wer bin ich? Ich bin Gudrun Holster. Ich bin Heilpraktikerin. Ich habe viele Jahre lang eine Naturheilpraxis in Radolfzell am Bodensee gehabt und lebe seit sechs Jahren in der Schweiz mit meinem wunderbaren Mann Michael und meiner wundervollen Tochter Julia. Und vor sieben Jahren erzählte mir ein guter Freund der Familie von diesen Produkten, von denen Birgit ja eben auch schon gesprochen hat und sagte zu mir, Gudrun, ich habe was kennengelernt und ich nehme das jetzt seit sechs Wochen. Und dann hat er mir erzählt, was sich bei ihm alles deutlich verändert hatte und verbessert hatte. Und dazu gehörte ein akuter Schmerzzustand, den er seit über 37 Jahren hatte und wo er immer nach einer Lösung gesucht hatte. Und dieser Schmerzzustand ist bis heute nie wieder gekommen. Das heißt, allein aus dem Grund würde er diese Produkte nie wieder aus seinem Leben lassen. Und dann nach sechs Wochen waren seine Kniearthrose-Schmerzen noch verschwunden und das war der Moment, als er mich ansprach. Und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, in der Praxis bekomme ich täglich irgendetwas angeboten, was das beste, wertvollste und wirkungsvollste sein soll. Und entsprechend war ich da nicht so mega begeistert, habe es mir aber angeschaut. Und was sich dann feststellte, war, okay, vielleicht haben wir hier viel mehr als die Summe seiner Teile in der Wirkung. Und das hat sich jetzt in den letzten sieben Jahren vielfach bestätigt. Ich bin mit absoluter Begeisterung und Leidenschaft hier angetreten und kann heute hier mit viel mehr Menschen behilflich sein, ein besseres und gesünderes Leben zu führen, als wie ich das früher konnte. Und was das Schöne ist, wir sind auch noch ein Familienbetrieb. Das heißt, auch meine Tochter Julia und mein Mann Michael, ja, wir alle drei sprechen gemeinsam begeistert über die Produkte. Und worum geht es heute? Genau, der Mensch besteht aus 47 essentiellen Stoffen. So, was sind denn essentielle Stoffe? Essentielle Stoffe sind die Stoffe, die der Mensch unbedingt zum Leben braucht. Ohne diese Stoffe ist er nicht überlebensfähig. Und wie sieht das denn heute bei uns aus? Sind wir denn mit allem versorgt, was wir brauchen? Wie sieht es denn da draußen die Realität aus? Wir haben einen gesunkenen Vitalstoffgehalt, weil es werden unreife Früchte geerntet. Es wird überall Gift ausgebracht in der Landwirtschaft. Wir haben Stress und Ängste. Schreibt doch ruhig mal rein, wenn jemand von euch Stress ab und an hat. Schreibt mal ich in den Chat hinein. Und wir haben Nährstofflösungen. Wir haben viele Naturprodukte, die Mutter Erde und Mutter Sonne nie gesehen haben. Und zwei Tage vor, bevor die gepflückt werden, wird dann noch eine Nährlösung durchgelassen, sodass wir meinen, ja, es schmeckt nach Tomate. Und eine Bio-Tomate ist dann, wenn eine Bio-Nährlösung durchgelassen worden ist. So weit dazu. Und Vita sollte ja eigentlich heißen, Vita wie das Leben. In den Vitalstoffen steckt das Leben drin. Wir sprechen ja auch noch von Lebensmitteln. Wenn man aber mal in die Medienlandschaft hineinschaut, dort wird nur noch von Nahrungsmitteln gesprochen. Und die meisten Menschen kaufen sich ihre Produkte im Supermarkt. Hier ist alles durch verschiedene Fertigungsprozesse gegangen. Und je mehr Fertigungsprozesse, desto weniger Leben ist enthalten. Zudem sind viele Zellgifte und Füllstoffe noch zugefügt worden. Und das ist auf der einen Seite haben wir also eine weniger, eine geringere Versorgung, als es früher der Fall war. Und auf der anderen Seite haben wir einen gestiegenen Bedarf. Woher? Durch zum Beispiel Medikamentenkonsum. Viele Menschen hier draußen nehmen Medikamente. Und ich war damals in meiner Praxis wirklich sehr überrascht, wie viele auch Psychopharmaka nehmen. Dann hier eben auch gestiegenen Bedarf durch Stress, durch Giftausbringung in der Landwirtschaft und auch das 5G-Netz, was aufgeschaltet wird. Auch hier sind wir, ja, ist unser Körper belastet. Man weiß die Spätfolgen ja im Moment noch gar nicht genau. All das, dieser auf der einen Seite niedrigere Versorgung mit Mikronährstoffen, auf der anderen Seite der zusätzlich gestiegene Bedarf führt dazu, dass Zivilisationskrankheiten massiv zunehmen. Und in den USA hat bereits jeder zweite Erwachsene Diabetes. Und hier in Europa sind wir bei ungefähr bei jedem Dritten. Und steigende Tendenz. Und wir haben auch steigende Krebszahlen. Ein ganz wichtiger Grund dafür ist diese Silent Inflammation. Hier, stumme Entzündung heißt das ja. Stumme Entzündungen sind Entzündungen im Körper, die wir nicht bewusst wahrnehmen, die allerdings da sind und die diese Krankheiten verursachen und die letztendlich sogar zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen können. Und was ist die Todesursache Nummer eins? Herzinfarkt und Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und auch hier sind die stummen Entzündungen die Ursache. Hier ist die Firma Kayani angetreten, um uns etwas zu geben, um uns zu schützen und wie Birgit das eben schon so schön sagte, ein gesundes Leben führen zu können. Und zwar von innen werden wir versorgt und von außen. Es geht definitiv um Zellregeneration. Es geht darum, auch wieder rückwärts zu altern. Anti-Aging und Gesunderhaltung, wieder gesund werden, beziehungsweise auch gesund bleiben. Ich kann hier ja nichts versprechen. Nur wir haben unglaublich viele Erfahrungsberichte. Ich könnte hier tagelang sitzen und nur Erfahrungsberichte erzählen. Und zu allem, was ich gleich sage, fallen mir immer auch etliche Erfahrungsberichte ein. Das ist der wissenschaftliche Beirat, den wir hier an der Seite haben. Und wir haben hier ein Produkt auf Naturbasis, ein Naturprodukt mit Nobelpreis basierter Wissenschaft, das bis auf Zellebene hinein erforscht ist und weit über unsere Zeit heute hinausreicht. Also wir haben ein sehr zukunftsweisendes, hammerstarkes Produkt. Jetzt komme ich als erstes auf die Mikronährstoffe zu sprechen. Wir haben hier also ein Produktsystem, das sich aus drei Komponenten zusammensetzt. Und das ist einmal das Sunrise für den Morgen, das Vitalstoffkraftpaket. Dann haben wir den Schlüssel, den Leistungsverstärker, der dafür sorgt, dass die Mikronährstoffe auch wirklich in der Zelle ankommen. Und das Sunset, Sunset wie Sonnenuntergang, die fettlöslichen Vitamine, die wir abends zu uns nehmen. Und das Sunrise sind die, heißt ja auch Sunrise-Sonnenaufgang. Das ist das, was uns morgens mit Power und Kraft und Vitalität versorgt. Und hier sind die wasserlöslichen Vitamine enthalten. Wir haben hier also ein komplettes Sicherheitsnetz und einen Schutz für den ganzen Tag. Wenn du diese Produkte nimmst, dann hast du ein gutes Gefühl und kannst darauf vertrauen. Du bist mit allem versorgt, was dein Körper braucht. Als erstes komme ich nochmal auf das Sunrise zu sprechen. Das Wunder aus Alaska. Schreib doch mal in den Chat für dich, wenn du schon mit dem Sunrise Erfahrung hast, ob du gespürt hast, dass du mehr Power und Vitalität morgens hast. Schreib einfach mal ich hinein, wenn das der Fall ist. Dankeschön für eure Unterstützung. Genau, wir haben hier über 22 kraftvollste Kräuterfrüchte, Beeren, Gemüse und Wurzeln aus der ganzen Welt. Es ist wie eine Schubkarre voller hochwertigstes Obst und Gemüse. Wir haben also über 22 Superfrüchte hier drin. Und es ist höchst bioverfügbar, sehr, sehr lecker. Man möchte es nicht mehr missen und man möchte am liebsten viele verzehren davon. Also ich selbst nehme mindestens zwei bis drei am Tag. Und hiermit haben wir den perfekten Zellschutz für den Tag. Und was ganz besonders wertvoll auch ist, dass wir hier die Alaska Blaubeere enthalten haben. Und die Alaska Blaubeere gilt auch als die Königin der Früchte. Und ihr seht, wir haben hier überhaupt das kraftvollste, was Mutter Erde uns zu bieten hat, enthalten. Und auch ayurvedische Prinzipien sind mit berücksichtigt. Und es ist wirklich das Beste vom Besten an den Superfrüchten. Und das steigert eben unsere Power und Vitalität und auch höchste Konzentrationsfähigkeit, mit der wir in den Tag starten. So, jetzt komme ich zu den Kapseln, zu den Sunset-Kapseln. Sunset eben wie Sonnenuntergang. Und schreibt auch hier mal hinein, wenn du spürst, dass du besser schläfst, schreib doch bitte einfach ich in den Chat. Weil das ist das, was die meisten als allererste spüren, dass sie tiefer und erholter schlafen. Wieder schlafen wie ein Baby. Und womit hängt das zusammen? Das liegt an dem Tocotrienol, was wir hier drin haben. Das höchstwertigste Vitamin E, das es weltweit gibt. Es ist übrigens ein Schönheits- und Anti-Aging-Vitamin, das 40 bis 60 Mal kraftvoller ist als das normale Vitamin E, als das Tocopherol, was man sonst überall angeboten bekommt. Das ist also hier deutlich intensiver in seiner Wirkung. Und Wirkung darf man ja gar nicht sagen, aber in dem, was die Menschen erleben. Und ich kann auch nur hier einladen, googelt mal das Tocotrienol. Es ist unglaublich. Und was besonders beeindruckend ist, auch seine entzündungshemmende Wirkung. Da komme ich gleich nochmal drauf. Dann haben wir die Omega-3-Fettsäure, EPA und DHA, also die Königin der Omega-3-Fettsäuren. Und auch hier erleben wir, dass der Körper herunterfährt. Wir kommen in eine innere Gelassenheit, in eine innere Entspannung, in eine innere Ruhe. Und das ist ja das, was uns dann, was dafür sorgt, dass wir dann so gut und wohlig einschlafen, tief, entspannt durchschlafen und morgens viel erfrischter und ausgeruhter wieder aufwachen. Und wenn wir morgens, ja, wenn wir tief und entspannt schlafen in der Nacht, dann fühlen wir uns natürlich viel frischer morgens und gehen mit einer ganz anderen Begeisterung und Power und Energie in den Tag. Es sind also die fettlöslichen Vitamine und was diese Inhaltsstoffe hier bewirken, das ist einmal die Reiskleie eben und auch die aus dem Lachs unter anderem. Diese besonderen Wirkstoffe hier haben die entzündungshemmende Wirkung. Und was ist denn die Ursache von Schmerzen? Genau, das sind die Entzündungen. Und wenn jetzt die Entzündung wieder weggeht, dann kann der Schmerz verschwinden. Die Psyche hält sich auf, die Gehirnzellen werden geschützt. Wir haben eine verbesserte Gehirnleistung. Woran liegt das? Und an den Synapsen wird der Impuls schneller übertragen zur nächsten Nervenzelle. Und damit haben wir eine gesteigerte Konzentration und Gedächtnisleistung auch. Wir schlafen tiefer, genau. Unser Körper ist geschützt vor den Strahlen. Auch vor unserem Handy sind wir viel besser geschützt. ADHS, wer Kinder von euch, wer von euch jemanden kennt, der hier mit ein Thema hat in der Familie, ich kann euch nur empfehlen, gebt den Eltern diesen Tipp. Damit kann der Familienfrieden wieder hergestellt werden, weil die Kinder sich wieder konzentrieren können und wieder Freude haben an der Schule und viel leichter lernen. Cholesterin senkend, Herz-Kreislauf stärkend, die Augen verbessern sich, die Haut verbessert sich. Ich könnte hier wirklich zu allem jede Menge Erfahrungsberichte erzählen. Vielleicht eine nette Anekdote, ein Teampartner, der hatte sich seine Blutwerte nehmen lassen, er hatte über elf Medikamente vorher genommen, hat seine Blutwerte nehmen lassen und hat drei Monate später sein Blut wieder testen lassen. Dann ist er daraufhin angerufen worden vom Arzt. Die Sprechstundenhilfe hat gesagt, er müsste dringend nochmal kommen und hat gesagt, ja Hilfe, ihr müsst mir aber sagen, ist jetzt irgendwas nicht in Ordnung. Dann hat sie gesagt, keine Sorge, nur ihre Blutprobe ist vertauscht worden. Dann ist er wieder hingegangen und dann war seine Blutprobe natürlich nicht vertauscht. Der Arzt konnte nur nicht glauben, dass seine Werte so einzigartig besser geworden sind. Und seine Medikamente konnte er in Begleitung des Arztes dann über mehrere Monate langsam ausschleichen. Also was wir hier schon erlebt haben, ist unglaublich. Das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir schon wahrgenommen haben. Ja, dann haben wir Nobelpreis basierte Wissenschaft in diesem nächsten Produkt, in der Produktfamilie, die ich euch jetzt hier, die ich dir jetzt hier vorstelle. Und das ist das NO bildende Produkt. Nitric Oxide. Nitric Oxide ist ein Gas und das kommt in jeder Zelle des Körpers vor. Und wir bilden es selbst, bis wir volljährig sind. Und es ist der Schlüssel, es ist der Schlüssel, warum diese Mikronährstoffe so eine Power haben und so viele Menschen deutlich schnell eine Veränderung spüren. Und es ist eben die Nobelpreis basierte Wissenschaft, die da drin steckt. Es gibt übrigens im Netz über 120.000 Studien zu diesem Thema, wie NO auf verschiedene Organsysteme und auch Gesundheitsthemen hilfreich und unterstützend wirken kann. Bis wir volljährig sind, bilden wir zu 100% das NO selbst. Danach lässt die Bildung nach. Und bis wir, ja, nichts mehr bilden. Wenn wir nichts mehr bilden, kein NO mehr bilden, wie lange können wir denn dann noch leben? Genau 16 Sekunden. Und dann tritt das Lebensende ein. Das heißt, es ist überlebensnotwendig. Und je mehr wir mit NO versorgt sind, desto vitaler, fitter und jugendlicher fühlen wir uns. Und es fühlt sich oft so an, als ob wir dann rückwärts wieder, ja, nicht altern, sondern verjüngen. Hier kann man das nochmal sehen. Denn was passiert, wenn wir diese NO bildende Wirkung im Körper haben? Die Gefäße weiten sich. Und wenn sich die Gefäße weiten, dann kann der Körper viel besser mit Sauerstoff und Nährstoffen durchblutet werden. Weil das Blut wieder überall hinkommt. Bis in die letzte Haarkapillare. Und zudem sorgt das NO dafür, dass die Mikronährstoffe und der Sauerstoff auch in die Zelle besser hineintransportiert werden. Die Zellmembran wird durchlässiger dafür. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die Zelle wieder mit allem versorgt ist, was sie braucht, dann kann sich die Zelle wieder herstellen und wieder regenerieren. Das Gewebe, die Organe, Organsysteme und letztendlich der ganze Mensch. Wir können wieder regenerieren. Und wir haben den optimalen Schutz. Vor allem, was da draußen an Viren oder Bakterien unterwegs sein mag. Wir sind geschützt. Und diese drei Herren haben 1998 den Nobelpreis dafür bekommen, dass sie mit diesem Molekül geforscht haben und diese kraftvolle, starke Wirkung auf den Körper erkannt haben. Dann haben wir hier ein Blutgefäß, um das nochmal bildlich darzustellen. Denn bis wir volljährig sind, ist es noch recht gut, das Blutgefäß. Und je älter wir werden, desto mehr lagern sich Schlacken auf. Und hier kann man sich vorstellen, hier braucht nur noch ein Bluttropfen sich ein Propfen da hineinsetzen und schon haben wir den Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und das können wir natürlich verhindern, indem wir nämlich durch diese NO steigernde Wirkung im Körper, das sorgt dafür, dass diese Schlacken abgebaut werden und abtransportiert werden aus dem Körper. Das heißt, unsere Gefäße verjüngen sich wieder und werden wieder blank geputzt und sind dann letztendlich wieder so wie bei jungen Menschen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man sich denkt, das ist ein Gartenschlauch, wenn man den Gartenschlauch zusammendrückt, dann erhöht sich der Druck und der Wasserfluss steigt. Und hier auch, hier beobachten die meisten Menschen ja bei sich, dass sie einen erhöhten Blutdruck haben. Und was passiert, wenn jetzt die Gefäße blank geputzt werden? Richtig, dann kann der Bluthochdruck einfach wieder verschwinden. Und das ist das, was wir tausendfach hier tagtäglich erleben und was uns immer wieder berichtet wird. Hiermit könnt ihr also wirklich die Power und Kraft spüren. Auch Sportler lieben diese Produkte. Und hiervon nehmen wir dreimal täglich ein bis zwei Pipetten. Und es lieben eben auch die Sportler, weil sie spüren, dass sie eine andere Leistungsfähigkeit haben, die sie länger abrufen können und die sie dann auch, ja, und sie regenerieren auch schneller. Ich zeige dazu gleich noch ein Bild. Hier nochmal im Überblick. Vielleicht schreibt ihr auch nochmal in den Chat hinein, wenn ihr spürt, dass ihr mehr Power und mehr Leistungsfähigkeit habt, wenn ihr diese Extreme-Tropfen genommen habt. Schreibt einfach mal ich hinein. Und sehr dankbar bin ich auch, wenn du einen Erfahrungsbericht schon hast, wenn du schon gespürt hast, wie kraftvoll diese Produkte sind und vielleicht eine körperliche Optimierung erlebt hast oder Verbesserung erlebt hast, bin ich dir sehr dankbar, wenn du das hier in den Chat schreibst, weil dann freuen sich die Gäste hier heute, wenn sie dazu auch was lesen können. Unsere Durchblutung verbessert sich durch diese Gefäßentspannung. Dann sind wir dadurch natürlich optimal geschützt vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Gehirnfunktion und die Konzentration steigert sich, weil auch hier die Übertragung an der Synapse sich beschleunigt. Viele berichten, dass sie wieder richtig frei durchatmen können, weil die Lunge wieder besser funktioniert. Das Schmerz wird reduziert. Unser Immunsystem steigert sich hier. Schmerzreduktion übrigens, das erzählen uns die Ärzte immer wieder. Weil woran liegt das? Es ist wie Morphium. Auch bei Morphium wird NO im Körper gebildet und dieses NO verhindert die Übertragung des Schmerzes an der Synapse. Und genau das erleben wir hier auch. Und das ist ein gesunder Schutz vor Schmerzen. Das Immunsystem steigert sich, die Regeneration, auch die Wundheilung verbessert sich. Wenn ihr euch geschnitten habt, gestoßen, verbrannt habt, euch irgendwie äußerlich verletzt habt, tragt die Tropfen mal äußerlich auf. Ihr werdet sehen, dass es dreimal so schnell heilt. Und die Aufnahme der Mikronährstoffe ist deutlich höher und deutlich schneller. Also Sportler lieben auch diese Produkte, weil sie eben spüren, sie haben eine höhere Spitzenleistung, können diese Leistung länger abrufen und regenerieren schneller, um wieder schneller an diese hohe Leistung anknüpfen zu können. Und hier nochmal im Überblick, wie wir die Produkte einnehmen. Wir nehmen also diesen Leistungsverstärker drei bis vier bis fünf Mal. Ich kann auch hier empfehlen, nehmt mehr. Mehr hilft einfach auch mehr. Fünf, vier bis fünf Mal am Tag. Bitte zuletzt vor 18 Uhr. Warum? Damit ihr auch wieder schlafen könnt und dann wieder in die Entspannung kommen könnt abends. Dann nehmt ihr dann das Sunrise morgens direkt nach den Extreme-Tropfen. Und dann startet ihr mit Vitalität und Power in den Tag. Über den Tag verteilt eben immer nochmal diese NO-Tropfen. Die könnt ihr wunderbar auch dabei haben, in der Hosentasche, in der Handtasche. Ich habe sie überall verteilt im Haus und in meinen Taschen. Und die Sunset-Kapseln, die nehmt ihr optimalerweise zum Abendessen oder abends direkt vorm Schlafen gehen. Wer allerdings viele Entzündungen im Körper hat, der hat es sich auch bewährt, die über den Tag zu den Mahlzeiten einzunehmen. Und ihr könnt auch hier, die normale Einnahmemenge ist hier drei Kapseln. Auch hier gilt, mehr hilft mir. Und wir haben hier viele Ärzte im Team, die sagen, wir sollten mindestens neun bis zehn Kapseln täglich nehmen, um mit allem versorgt zu sein, was wir hier brauchen an den fettlöslichen Vitaminen. Und ich persönlich mache das auch. Meine Tochter ist 23, die nimmt sogar meist zwölf Kapseln. Ja. Heilpraktiker und Ärzte lieben es, weil es ist eine einzigartige Rezeptur. Es ist ein reines Naturprodukt. Es ist flüssig und in Kombination unschlagbar. Und dieses Flüssige, das ist dieser tolle, wertvolle Zugewinn. Dadurch kommt es viel schneller in der Zelle an. Und es ist auch auf der Kölner Liste. Und das heißt, es ist nach allen Regeln der Kunst zertifiziert und geprüft. Das heißt, wir sind hier absolut auf der sicheren Seite. Hier einmal ein ganz kurzer Einblick. Der Mensch besteht aus 47 essentiellen Stoffen. Jetzt haben wir die wichtigsten Stoffe erst mal schon besprochen. Was noch fehlt, sind die essentiellen Aminosäuren. Und auf die will ich jetzt noch kommen. Also diese Liste hier muss kein Mensch wissen. Ich habe die auch nicht im Kopf. Aber es ist vielleicht schön, einfach mal einen Einblick zu haben. Macht euch ruhig einen Screenshot davon und googelt es mal. Es ist einfach wertvoll, mal zu merken und mal zu sehen, dass wir hier wirklich alles enthalten haben, was wir brauchen. Und das ist so schön und gibt einem ein so gutes und sicheres Gefühl. Hier noch die zehn essentiellen Aminosäuren. Das heißt, hier ohne Aminosäuren, ohne Eiweiße sind wir auch nicht richtig lebensfähig. Und es sieht so aus, dass wir je älter wir werden, desto weniger Proteine bilden wir. Und wenn wir 80 sind, bilden wir nur noch 20 Prozent davon, wenn überhaupt. Und wir alle wissen es doch, das Alter beginnt schon mit 20. Ich bin Anfang 20, beginnt die Proteinproduktion abzunehmen. Und hier können wir uns helfen. Weil hier, wofür werden denn die Proteine im Körper gebraucht? Das komplette Stützsystem, der komplette Stützapparat, auch unsere Blutgefäße und Zellwände, alles braucht Proteine. Und wenn du jemanden kennst, der Falten hat oder Zellulite oder Gelenk- und Muskelschmerzen oder dünnes Haar, übrigens auch schwache Fingernägel oder Arthrose, Erschöpfung, Darmprobleme und viele andere Symptome, die dadurch verursacht werden, denkt auch an einen Kollagenmangel. Mir ist jetzt wirklich im letzten Jahr noch mal viel deutlicher bewusst geworden, wie viele Menschen da draußen einen Kollagenmangel haben. Und da können wir uns selber helfen. Und dafür sind diese beiden Produkte angetreten jetzt von der Firma Kayani. Einmal das HL5, gibt es übrigens auch als Pfirsich-Geschmack. Super lecker. Ich werde immer wieder gefragt, ob man das auch stündlich nehmen kann. Also ich selbst nehme auch einige davon am Tag. Es schmeckt auch noch köstlich, am besten aus dem Kühlschrank. Einfach mal probieren. Und man hat auch weniger Lust auf Süßigkeiten. Und man nimmt über Nacht ab. Also es fühlt sich wirklich an, wenn man abends davon nimmt, dass man über Nacht der Fettstoffwechsel besser wird und man morgens weniger auf der Waage hat. Und die Haut wird viel glatter. Gerade wir Frauen haben doch oft ein Thema mit Cellulite. Und die verschwindet einfach. Und da haben wir schon viele wunderbare Erfahrungsberichte auch dazu gehört. Dann haben wir hier auch noch den Shake. Und dazu kann ich euch auch empfehlen, schaut mal in dieses Buch rein. Hier sind wunderbare Rezepte drin. Mit jeweils einem Link noch zum Video, wo man sich das als Video anschauen kann. Super lecker. Ich möchte da nicht mehr drauf verzichten. Und hier stärken wir also optimal das Bindegewebe. Das bekommt viel mehr Festigkeit. Unsere Knochen werden stabiler. Osteoporose gehört der Vergangenheit an. Die Muskelmasse wird besser. Zähne, Haut, Haare, Nägel, Gelenke, Sehnen. Alles kann davon profitieren. Und letztendlich werden auch die Haare noch schöner und die Nägel besser. Meine Nägel wachsen jetzt ohne Ende. Und die sind nochmal, ich hatte ja schon schöne Nägel, aber jetzt sind sie nochmal viel schöner und stabiler geworden. Hier noch einen kurzen Einblick. Wir haben ja jetzt eben die Mikronährstoffversorgung und Makronährstoffversorgung von außen betrachtet. Und wichtig ist auch zu wissen, dass wir eben hier, Entschuldigung von innen, und wichtig ist zu wissen, dass wir auch noch diese Mikronährstoffversorgung von außen haben. Wir haben hier also ein wirklich komplettes System, was uns mit allem versorgt. Und dieses Flores Skincare System ist für mich sogar eher eine medizinische Hautpflege, weil ich so viele Menschen kenne, die dadurch deutlich schönere Haut bekommen haben, die ihren Ausschlag zum Beispiel oder auch Akne verloren haben. Und da könnte ich jetzt etliche Erfahrungsberichte zu erzählen. Woran liegt das? Was haben wir hier enthalten? Wir haben hier auf der einen Seite wieder all die wertvollen Substanzen, die wir auch in den Kayani-Mikronährstoffen haben, wie nämlich das Tocotrienol, was extrem entzündungshemmend ist und wodurch die Entzündungen dann abklingen. Dann haben wir auch die Noni, die NO-bildende Kraft, das ist übrigens die Noni-Frucht, die enthalten ist, wodurch nämlich dann diese NO-Bildung zustande kommt. Und die sorgt dafür, dass unsere Haut viel besser durchblutet ist und dass diese Mikronährstoffe auch wirklich in der Haut ankommen. Und dann haben wir auch die Alaska-Blaubeere, die uns auch für untertags optimal schützt, davor vor irgendwelchen Faktoren aus der Umwelt, sodass wir eine schöne, glatte, weiche und sanfte Haut haben, übrigens ein viel feineres Hautbild bekommen, weil die Poren sich zusammenziehen. Und wir haben auch noch den Schweizer Apfel hier drin und das ist der Udwiler Spätlauber. Und ihr wisst es wahrscheinlich, in der Kosmetikindustrie wird der gerne verwendet, weil der deutlich länger hält, frisch hält, als jeder andere Apfel weltweit. Und wenn diese Stammzellen vom Apfel hier mit drin sind, sind sie ja, dann besorgt das für einen Beauty-Wecker der eingeschlafenen Hautstammzellen und der Hautzellen. Das heißt, unsere Hautzellen teilen sich viel besser. Und dadurch kommt dieser Verjüngungseffekt zustande. Es gibt dafür auch viele Bilder, kann man sich im Internet mal anschauen, die das eindeutig auch belegen. Sehr spannend, sich damit auch mal zu befassen. Und das Schöne ist, es ist auch noch vegan. Es ist also frei von all dem, was wir ja in diesen Dingen auch alles gar nicht drin haben wollen. Nun ist es ja aber viel, viel spannender, als alles, was ich sagen kann, auch einen Live-Erfahrungsbericht hier zu hören, zu den Produkten, die ich jetzt eben vorgestellt habe. Und da ist es mir eine Ehre, dass ich heute die Marlene hier an meiner Seite habe. Und Marlene, wir gehen inzwischen schon über sechs Jahre lang gemeinsam diesen Kayani-Weg. Und ich habe das mitverfolgt. Und ich bin jedes Mal, habe jedes Mal Gänsehaut, wenn du deinen Erfahrungsbericht schilderst. Es ist einfach so beeindruckend. Und du beeindruckst mich einfach auch als Mensch sehr. Ich schätze dich sehr und arbeite immer wieder sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Liebe Marlene, magst du dich freischalten? Marlene? Ja, wunderbar, da bist du. Guten Abend. Guten Abend. Ich schalte mich zurück. Danke, Marlene. Vielen Dank. Danke dir, Gudrun, für die einführenden Worte. Ich wünsche allen einen ganz schönen guten Abend. Wie ihr gehört habt, bin ich seit sechs Jahren mit Gudrun zusammen bei Kayani. Ich habe das kennengelernt, nachdem ich vor jetzt schon, sind schon 17 Jahre Schleudertrauma, einen Schleudertrauma erlitten habe. Und ich wurde austherapiert und habe über zehn Jahre gelitten. Jeden Morgen war mir schlecht und schwindelig. Dann habe ich das Kayani-Produkt kennengelernt. Und von diesem Zeitpunkt an ging es nur noch aufwärts. Also ich hatte nach wenigen Wochen kein Schwindel mehr. Ich war ein quicklebendiger Morgen, konnte wieder früh anfangen zu arbeiten. Und meinen Nacken, den konnte ich kaum drehen. Und der war dann in kurzer Zeit, konnte ich den wieder drehen. Und meine, wie soll ich sagen, wenn ich den Nacken gedreht habe, war das wie ein Kieswerk. Und das ist heute wie neu geschmiert durch diese Produkte. Dann hatte ich sehr starke Arthrose in meinen Händen. Habe zig Operationen über mich ergehen lassen müssen. Habe jeden Tag 1500 Milligramm Schmerztabletten genommen. Und dann habe ich das Kayani-Produkt kennengelernt. Habe mit den Schmerztabletten aufgehört, sofort. Und am Anfang habe ich schon gelitten, habe ich gedacht, oje, oje, hilft das auch. Aber es wurde von Tag zu Tag, von Woche zu Woche besser. Sodass ich nach, es ging vielleicht drei, vier Monate, war ich schmerzfrei. Und seit dem ersten Tag von Kayani habe ich bis heute keine einzige Schmerztablette mehr genommen. Und fühle mich pudelwohl, bin sehr aktiv und hatte nie mehr irgendeinen Rückfall meiner Arthrose. Dann möchte ich noch zu Flores kommen. Da habe ich auch eine gute Erfahrung. Ich war jahrelang im Kosmetikbereich tätig. Und auch im Vertrieb und habe das schweizweit vertrieben. Ganz verschiedene Produkte, auch teure. Und dann habe ich das Flores-Pflegeprogramm kennengelernt. Und es war einfach gegenüber den anderen Produkten für mich wie Tag und Nacht. Also, es hat sich so seitig auf der Haut angefühlt. Mein Gesicht sah frischer aus, lebendiger aus. Und ich möchte dieses Produkt nicht mehr missen. Also, alles in allem habe ich nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich nehme das täglich und bin sehr, sehr zufrieden. Vielen lieben Dank. Liebe Marlene, sag doch noch, du siehst ja auch so jung und jugendlich aus. Vielleicht magst du das kurz erzählen. Also, mein Foto hier, das war letztes Jahr. Und jetzt habe ich ein bisschen eine Corona-Frisur. Aber ich werde in den nächsten Tagen 68 Jahre. Dies zu Pflegeprodukten und überhaupt zu Keane. Und du wirst immer gefragt, dass das ja gar nicht stimmen kann. Ja, das kommt noch dazu. Also, ich habe schon des Öfteren, inklusive meinem Arzt, hat er gesagt, was machst denn du immer? Aber das gibt es doch gar nicht, dass du so ausschaust. Und auch, wenn ich unterwegs bin, sagen die Leute, wenn man vom Alter spricht, Frauen sagen das ja nicht so gerne. Aber wenn ich dann sage, ja, Sophie, ich bin jetzt bald einmal 68, dann sagen sie, gib einen Ausweis her, das glaube ich nicht. Und du bist auch schon gefragt worden, ob du Hyaluron spritzt oder Botox? Ja, ja, Botox, Hyaluron, alles, ob ich geliftet bin, alles Mögliche, wurde ich gefragt. Und es ist nichts dergleichen der Fall. Genau. Es ist wie die Natur und wie die natürlichen Produkte von Keane. Dankeschön, liebe Marlene. Dankeschön. Ich bin jedes Mal wieder ganz beeindruckt, wie jung und jugendlich du aussiehst und frisch. Danke dir für den tollen Bericht. Dankeschön. Dem kann ich mich nur anschließen, liebe Marlene. Ja, danke dir. Ich bin auch ganz begeistert. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich stolz darauf, wenn die Leute mich so fragen, sagen sie, nein, da kommen gleiche Alträge und dann sagen sie dir, ach du, ist das deine Mutter? Dann schäme ich mich schon, weil es ist mir dann so peinlich. Wir haben eine Frage, liebe Marlene, vielleicht magst du die noch beantworten. Hier hat eine Dame gefragt, die Carmina, wie nimmst du die Produkte? Und ich denke mal, dass sie meint, wie viel hast du von den Produkten genommen? Magst du da was zu sagen? Hast du deine Dosis? Also, am Anfang habe ich für Arthrose und Schleudertrauma habe ich die Produkte die ersten paar Tage normal. Ich habe mich daran gewöhnt und dann habe ich schon so jeden Tag so neun Kapseln genommen und auch viel Extrem und Vitamine eigentlich ja so zwei, nicht mehr. Super, danke schön. Aber das ging eigentlich so schnell, ich konnte es kaum fassen. Wie gesagt, zuerst habe ich schon gedacht, oh nein, gut, das will ich. Aber ich habe es durchgehalten, weil ich wollte wissen, nützen die Produkte und sie haben alles, was gesagt wurde, versprochen. Super. Ja, es ist einfach super. Und wenn ich halt irgendeine Wäsche habe, nehme ich wieder ein paar Kapseln mehr und dann ist wieder alles beim Alten. Ja. Super, vielen herzlichen Dank, liebe Grüße und wo bist du in der Schweiz? Ah, ich bin die Schönenbüttler Herrschaft in Meilenfeld. Hey, liebe Grüße nach Meilenfeld. Ciao, danke. Wir haben jetzt bald Weingläs. Ja, genau. Ciao, ciao. Liebe Gudrun, ich habe auch noch eine Frage und zwar wurde von der Sendung... Danke Marlene, danke. 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 Die Frage gestellt in Bezug auf Psoriasis, glaube ich, ob wir da Erfahrungsberichte haben. Hast du da irgendeinen Erfahrungsbericht? Also ich habe selber schon im Umfeld sehr nah bei Patienten das miterlebt, dass die, man sagt ja auch Schuppenflechte dazu, auf Deutsch formuliert, dass das wirklich verschwindet. Und dafür ist es sehr sinnvoll, die Produkte natürlich innerlich einzunehmen, aber auch äußerlich natürlich aufzutragen. Und zwar immer dort, wo es dann am meisten juckt. Und es geht natürlich nicht sofort, man muss einfach auch Geduld haben. So wie Marlene das gemacht hat, das kann ich übrigens nicht empfehlen, die Schmerzen, die Schmerzmittel sofort wegzulassen. Sondern was ich empfehle, ist, die Produkte zusätzlich zu nehmen, alle Medikamente, alles, was man vom Arzt nimmt, weiterzunehmen. Und dann, wenn dann eine Besserung eingetreten ist, ruhig auch in Begleitung des Arztes auf jeden Fall immer die Dinge auszuschleichen. Und nicht einfach wegzulassen. Also das empfiehlt sich sehr. Ja, deshalb, also Marlene, du bist da durch eine Rostkur gegangen, vielleicht die ersten Tage. Das hast du wunderbar gemacht, aber das ist nicht zu empfehlen. Also nehmt ruhig die Schmerztabletten weiter dann, bis ihr merkt, ihr braucht es nicht mehr. Und dann schleicht ihr sie langsam aus und optimalerweise mit eurem Heilpraktiker oder Arzt. Super. Eine letzte Frage habe ich noch. Und Flores in Kombination mit Schuppenflechte, ist das empfehlenswert? Oh, das ist gut, dass du das jetzt noch sagst. Das ist den Fall, an den ich jetzt eben gedacht habe, da gab es noch Flores gar nicht. Deshalb habe ich jetzt eben da nicht dran gedacht. Und unbedingt, ja, also sehr beruhigend ist unter anderem auch die Night Cream. Und würde ich einfach auftragen. Und wir haben ja hier auch so, auch vom Waschen her, wir haben ja hier so eine sanfte Waschlotion, dass der Säureschutzmantel der Haut erhalten bleibt und die Haut eben stabil wird, noch stabiler wird. Und wir haben Menschen, die sich ganz Körper damit waschen. Und die Haut wird samtig weich und auch solche Themen können einfach verschwinden. Und Serum anwenden und dann unbedingt vielleicht öfter die Night Cream, weil die Night Cream stärker entzündet ist, anti-entzündlich ist, also entzündungshemmend ist als die Day Cream. Weil dort mehr Tocotrienol enthalten ist als in der Day Cream. Super, vielen herzlichen Dank. Wolltest du noch was teilen mit Erfahrungsberichten? Ich habe dich nämlich unterbrochen. Nein, alles gut. Ich hätte jetzt noch eine Folie gezeigt, einfach nur euch alles Gute zu wünschen. Und danke schön, dass du da warst. Danke schön für deine Unterstützung. Und ich kann nur noch mal hier sagen, wir haben kein Wundermittel, sondern das, was wir hier erleben, ist, dass die Mikronährstoffe und die Makronährstoffe ihren Job tun, innerlich wie auch äußerlich. Und dass dadurch wir einfach wiederhergestellt werden. Warum? Weil das Immunsystem wieder greifen kann. Und wenn das Immunsystem wieder greift, dann kann der Körper sich wieder regenerieren und wiederherstellen. Das ist alles, was wir hier erleben. Und deshalb, ich lade dich ein, probiere es am eigenen Leib aus. Man muss es selbst probieren. Nimm die Produkte und du wirst spüren, wie gut es dir tut. Und du wirst so, so dankbar sein. Gib es auch an deine Familie weiter. Weil nichts ist schöner, als wenn auch die Menschen um einen herum wieder strahlen und sich wieder ihres Lebens freuen und glücklich und vital sind. Herzlichen Dank. Und auch dir herzlichen Dank, Birgit. Ich übergebe wieder an dich. Und du erzählst den Menschen jetzt noch, wo sie diese wunderbaren Produkte herbekommen. Dankeschön. Super. Vielen herzlichen Dank, liebe Gudrun. Du bist eine absolute Bereicherung für uns alle. Grüß mir, deine liebe Familie. Und du bist bestimmt auch am 26. dabei bei unseren Verländen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Super. Bin da schon sehr gespannt. Genau. Ciao, ciao. Danke. Ihr Lieben. Ja, wo man die Produkte bestellen kann, die kriegt man nicht im Supermarkt, nicht bei dem Unternehmen selber, sondern du hast irgendeine Person, die dich heute Abend eingeladen hat, die es verdammt gut mit dir meint. Und genau die rufst du jetzt an. Und dann kannst du dir Produkte selber zusammenstellen. Entweder als Kunde kannst du bestellen, weil die Person hat einen eigenen Onlineshop. Du hast auch eine Zufriedenheitsgarantie. Und das gibt Sicherheit. Das heißt, wenn es dir nicht gefällt, darfst du es auch wieder zurückschicken, auch wenn es schon angebrochen ist. Und ich zeige dir jetzt mal so Preise, zum Beispiel für das Triangle of Wellness. Da links ist ein Kundenpreis. Da hast du 30 Portionen von diesem leckeren Sunrise. Dann hast du 90 Kapseln von dem Sunset und eine Monatspackung Nitro Extreme. Und da hast du die Möglichkeit, im Shop einzukaufen. Auf der rechten Seite, du kannst auch deinen Gastgeber fragen, ob er möchte, dass du das ein bisschen günstiger bekommst. Dann kannst du nämlich ein Partner werden und zwei Monatsrationen bekommen. Das heißt, du hast die doppelte Menge und du siehst den Preis rechts unten. Und da kannst du natürlich dann auch andere Produkte auch noch günstiger bestellen. Wenn du ein Kunde bist, darfst du weiterempfehlen, weil die Menschen werden dir das ansehen. Und dann werden deine Produkte auch immer günstiger und immer günstiger, weil du da auch eine 10-prozentige Rabattierung hast. Und man kann auch an einem sogenannten Challenge teilnehmen. Du hast gerade die ganzen Erfahrungen gehört. Ich empfehle immer, wenn jemand startet, dokumentiere deinen Ist-Zustand. Das kann was mit Äußerlichkeiten zu tun haben, also mit Abnehmen oder mit der Haut zu tun. Dann kann aber auch was damit zu tun haben, wie wir gehört haben, mit den Blutwerten. Dass man wirklich mal dokumentiert, wie geht es dir jetzt, bevor du die Produkte nimmst. Dann reichst du das ein, sprich mit deinem Gastgeber darüber. Und dann 90 Tage später, dann ziehst du mal ein Resümee. Wenn du die regelmäßig genommen hast, am Anfang mit erhöhter Dosis empfehle ich immer. Und was dann da so passiert ist. Du wirst es nicht glauben. Es ist so fantastisch, was hier passiert. Und Gudrun hat es gezeigt. Es gibt ein tolles Rezeptbuch mit 50 Rezepten. Wenn du die durch hast, sage ich immer, kannst dich zum nächsten Model-Wettbewerb anmelden, weil man es dir einfach ansieht. Das war es letztendlich von unserer Seite. Das machen wir jeden Dienstag und jeden Donnerstag. Morgen Abend ist kein Webinar, aber am Samstag machen wir ein Team-Training. Am Sonntag gibt es ein exorbitantes, eine tolle Late-Night-Show mit einem Interview, was es in sich hat. Und am Montag, wenn du Menschen hast, die gerne ein paar Hundert, ein paar Tausend Euro nebenbei verdienen möchten, Montagabend, 20 Uhr, erklären wir das Geschäft dazu. Und so geht es immer wieder in Schleife. Und wir haben Spaß wie keine zweiten Pass auf dich auf. Bleibe gesund, nimm die Produkte. Und ich wünsche dir, falls wir uns nicht mehr sehen, ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin und alles Liebe, alles Gute. Ciao.